Liebe Schwestern und Brüder, mit den Schrifttexten, die wir hören an diesen Sonntagen, stehen wir immer noch irgendwie zumindest im Lichtkegel von Weihnachten. Man kann das für eine Inkonsequenz der letzten Reform halten, aber es ist so bis zum 2. Februar. Und es ist gut, wenn wir uns von Weihnachten noch einmal die Überschrift hervorkramen, weil sie uns helfen kann, auch diese Schriftlesungen, vor allem das Evangelium heute zu verstehen. Wie kommt Gottes Wort in die Welt? Welchen Weg nimmt dieses Wort? Vielleicht haben Sie zuerst gedacht, als ich begann, das Evangelium zu lesen, jetzt hat er sich an der Seite vertan, weil das ist so ganz komisch, der Beginn. Es gibt keine weitere Stelle, keine Sätze, die in den vier Evangelien so merkwürdig klingen wie der sogenannte Prolog des Lukas-Evangeliums, wo Lukas eine Empfehlung schreibt. Es gehört dazu, wenn wir den Weg des Wortes Gottes in diese Welt verfolgen, wenn wir von Inkarnation sprechen, das, was wir an Weihnachten hörten, dass Gottes Wort Fleisch wird, dass es sich in die Welt hinein beugt und sich diesem Leben unterzieht und unterwirft, dann ist es gut, wenn wir Lukas noch einmal richtig zuhören. Lukas stellt sich vor als ein Historiker. Das ist für die Frommen, vielleicht auch unter uns, anstößig. Sie sagen, das geht doch gar nicht. Das kann ja nicht so ein historischer Text sein wie alle anderen. Das ist doch Wort Gottes. Wie soll das denn zusammengehen? Aber es bedeutet eben Wort Gottes für die jeweilige Zeit. Wort Gottes, Gestalt geworden unter ganz bestimmten Zeitumständen, in ganz bestimmten politischen Konstellationen. Die Namen tauchen ja immer wieder auf. Die anderen unterstellen Lukas, naja, Historiker ist er irgendwie nicht. Kann er gar nicht sein. Denn der schreibt ja tendenziös. Der will das Christentum ja schließlich anpreisen. Macht ja gar keinen Hehl daraus am Anfang seines Evangeliums, denn er schreibt auch noch, und das macht ihn ganz verdächtig, schreibt offenbar ein Auftragswerk für eine Exzellenz Theophilus, wie sie hier im Text genannt wird. Das war ganz merkwürdig. Kann man so einem überhaupt Glauben schenken? Genau in diesem Spannungsfeld der beiden Extreme bewegen wir uns und haben beides ernst zu nehmen. Lukas will als Historiker wahrgenommen werden. Und es gibt zwei Worte, die uns das ganz deutlich machen. Eines zumindest kennen wir als Fremdwort. Akribos, sagt er von sich. Ganz akribisch ist ein Ruf, der bis heute geblieben ist. Auf mein so ein bisschen pedantisch vielleicht. Ganz akribisch bin ich allem nachgegangen. Von Grund auf, sagt er. Ich wollte es ganz genau wissen. Von wegen tendenziös. Das ist einer, der es wirklich wissen will und dessen Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht. Akribie und das zweite Stichwort Katexes. Ordnung. Ich will es alles der Reihe nach geordnet, will ich es vorbringen, damit du lieber Theophilus es verstehen kannst. Sie fragen vielleicht zu Recht, was hat das denn mit uns zu tun? Soll der Theophilus es doch gelesen haben von mir aus? Ist ja vielleicht ganz schön, vielleicht hatte der Spaß dran. Aber wir? Ich glaube, dass in diesen wenigen Versen am Beginn des Lukas-Evangeliums ein Programm liegt. Das Programm, über das heute viel gestritten und beraten wird, in vielen Kommissionen und mit vielen Experten, nämlich genau, wie das Evangelium unter die Leute kommt. Wie es zu den Menschen kommt. Wie denn? Heute gibt uns diesen Zusammenschnitt von zwei Lukas-Stellen. Der Prolog, diese wenigen Verse am Beginn und der Anfang des vierten Kapitels, der Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu, die Kindheitsgeschichte ist herausgelassen, geben uns Auskunft darüber, wie das Evangelium zu den Menschen kommen kann. Wie auch heute das Wort Gottes seinen Weg in diese Welt, in diese Zeit unter uns nimmt. Und zwar in Form und in Inhalt. Von der Form spricht der Prolog. Es muss akribisch sein. Es muss der Ordnung entsprechen. Und wenn Lukas von Akribie und Ordnung spricht, meint er nicht irgendwelche deutschen Primär- oder Sekundärtugenden, sondern der Ordnung, wenn man so will, der Offenbarung, der Ordnung des Evangeliums, die direkt hinweist, es gehört immer beides zusammen, auf den Inhalt dessen, was gesagt wird. Und ein drittes Respekt. Theophilus wird als Exzellenz angesprochen. Offenbar ist er irgendwie mit dem Christentum in Berührung gekommen, aber mit Sicherheit noch nicht getauft. Sonst würde man ihn unter Christen nicht mit Exzellenz ansprechen. Das war damals noch nicht üblich. Er wäre ein Bruder. Aber er ist noch Exzellenz. Das heißt, Lukas ist hier nicht vereinnahmend nach dem Motto, naja, jetzt hast du ein bisschen was von uns gehört, gehörst du eh schon dazu, so wie wir das heute schnell machen. Viele Menschen schrecken deshalb vor uns zurück, gehen nach einem ersten Schritt des Zugehens wieder drei Schritte zurück, weil wir sie vereinnahmen. Das gehört sich nicht nach dem Evangelium hier. Das Erste in der Begegnung mit Menschen, die von außen auf uns zugehen, irgendwer eine Ahnung haben, auf der Suche sind. Das Erste muss sein Respekt. Das Zweite, die Ordnung, dass wir ihnen nicht irgendetwas erzählen. Schauen Sie ja mal die Programme katholischer Erwachsenenbildung an. Da finden sie viel irgendetwas. Wenig Evangelium, ganz wenig. Vielleicht noch so eine ferne Erinnerung an Heilige Schrift. Sie finden Bachblüten. Sie finden viel Gestalttherapie. Alles Mögliche. Darf ja alles sein. Aber die Prioritäten müssen stimmen. Das, was Lukas hier mit Ordnung meint am Beginn seines Evangeliums ist, dass er dem Theophilus nicht irgendwas erzählt, was vielleicht auch nett ist, sondern das, was der sogenannten Heilsordnung entspricht. Wie Gott sich offenbart, wie er sich zeigt, wie er spricht in der Geschichte dieses Jesus von Nazareth. Und er tut das sehr akribisch, sehr genau. Nicht auf eigene Kosten, sondern weil er sich an die hält, die Diener des Wortes waren und dann auf die stützt, die es heute sein sollen. Nämlich uns. Diener des Wortes. Nicht Diener unserer eigenen Ideen, sondern Diener des Wortes. Des Wortes, das uns hier anvertraut ist. Und wer nach dem Inhalt fragt, wenn wir diese Form an uns herangelassen haben und uns zu eigen machen sollen, der braucht nur Jesus zuzuhören. Als Jesus das erste Mal in der Öffentlichkeit den Mund auftut, gehört er nicht zu den Schwarzmalern, die es damals gab und heute gibt. Nicht zu denen, die immer schon den Untergang im Blick haben. Natürlich kennen wir von Jesus auch Gerichtsworte, harte Worten. Aber die große Überschrift, sein Lebensthema, ist etwas anderes. Wir haben es gehört. Ich bin gekommen, den Armen eine gute Nachricht zu bringen. Ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Das ist seine große Überschrift. Wir haben das im Prolog des Johannes-Evangeliums an Weihnachten gehört. So spricht einer, der Licht in die Finsternis bringt. Und es nicht nur bringt, sondern selber Licht ist. Licht der Menschen, das hell leuchtet. Das, was ich versucht habe zu sagen, fand ich in einer Ansprache aus dem Jahr 1942 von Alfred Delp noch einmal mit anderen Worten gut ausgeleuchtet. Alfred Delp fragt in dieser Predigt, wie wird die Kirche zum echten Zeichen unserer Zeit? Wie kann sie das Wort Gottes wirklich sagen? Überzeugend. Und auf seiner Suche findet er interessanterweise einen Mann, den der Papst in die Mitte dieses Priesterjahres jetzt gestellt hat, der ja nicht unbedingt viel von sich reden gemacht hat. Delp sagt, der Pfarrer von Ars war ein echter Mensch. Er brannte von dem, was er sagte und hatte die innere Glut und Echtheit, die alle Hilflosigkeit der äußeren Erscheinung überstrahlte und den Menschen ansprach, wie er war. Das sind die Christen, die wissen, was sie wollen und sind und die es auch zu sagen wissen. Der erbärmlichste Eindruck, den man heute hat, ist der Eindruck des verschluckten Wortes, dass wir fast alle ersticken an den Worten, die wir nicht zu sagen wagen. Und das Zweite, die Übernahme der Verantwortung. Es gibt innerhalb der Kirche kein Recht auf absolute Sicherheit der Tröstung und kein Recht auf absolute Geborgenheit. Die Kirche ist die in die Welt hineinströmende Heilsquelle des Herrn. Und wenn wir das nicht annehmen, ist alles andere an der Wurzel falsch. Machen wir uns aufgrund dessen, was wir heute von Lukas hörten, zu Dienenden des Wortes und werden so zu einer Quelle, die hineinströmt in unsere Zeit, die oft so dunkel erscheint, damit sie heller wird. Hell scheint im Licht des Evangeliums, damit allen Armen das Evangelium verkündet wird.